. Oh, das geht. Oh, schön, das geht. Du Engel von Mio. Nein. Oh, schöne Bewegung. Und eigenes Gegner. Sehr gut. Midrange-Wurf, irgendwo auf dem Feld, den musst du eigentlich nicht nehmen. Und genau jetzt fällt dann auch der Dreier. Fangen und verarbeiten in der kurzen Zeit. Schön gespielt. Shojalabäcke. Schreiber. Jungrieg. Schreiber. Schreiber. Bis zum nächsten Mal.